Ah, wir machen jetzt die Nudeln auf! Die Nacht war gar nicht mal so schlimm und das hat auch relativ gut gehalten. Also, let's go! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich richtig ein gutes Gefühl bei diesen Haardingern habe. Ihr wisst ja, dass es normalerweise immer so naja aussieht. Also, das sieht ja schon mal richtig gut aus. Andere Seite, schaffe ich es in einem? Ja! Ich will es nicht verschreien, aber ich glaube, das sind die schönsten Haare, die ich hier hatte. Die Nudel wird aus dem Loch gezogen. Und das ist jetzt der Moment der Wahrheit. Das steckt richtig. Oh, bitte sag mir, dass das kein Fail ist. Bitte sag mir, dass das kein Fail ist. Nein, 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 nein. Du musst da hin und du musst da hin. Also, die Seite ist ja noch ganz in Ordnung. Ich weiß nicht genau, was hier abgeht. Aber ja, hier haben wir jetzt das Ergebnis. Was sagt ihr dazu?